Als nächstes wird verhandelt, der Fall Riedel gegen Hane. Es geht um die Übergabe eines symbolischen Schecks. Herr Hane hatte Mitte des letzten Jahres, also im Sommer 91, hier im Keisinger Waldstadion sein Abschiedsfest gefeiert, da er sich mit Abwanderungsgedanken in die neuen Bundesländer befasste. Anlässlich und bei dieser Feier überreichte er den Sportfreunden Keising, so wurde der Sanitätskolonik Reding einen Scheck über 5000 Mark. Einmal, wo die Summe 2500 Mark für den Sportverein Keising sein sollte und einmal 2500 Mark, was für das Rote Kreuz sein sollte. Diesen symbolischen Scheck hat Herr Hane bis zum heutigen Tag nicht in Bares umgemünzt. Diese Spenden sollten später fließen, unter Berücksichtigung, was dafür gekauft wird. Weil uns einfach zu Ohren gekommen ist, also Videoanlage, zum Beispiel beim Roten Kreuz. Und das war so nicht Sinn und Zwecke, sondern wir wollten natürlich mehr, dass da was Effektives für gekauft wird. Das heißt also, mal als Beispiel einfach so ein Dummy, eine Puppe zum Beispiel, wo die also dran lernen können oder sonst so, was in dieser Art. Die Stimmung bei den Vereinsmitgliedern, sowohl auch in der Sanitätskolonne, wie bei den Sportfreunden ist sehr gereizt. Und einige Mitglieder, das zeigt also auch dieser Zeitungsartikel, einige Sprachen vom Betrug sind sehr betrübt. Dadurch, dass es also auch, dass es durch die Presse schon gegangen ist und meinen Ruf auch irgendwo geschadet hat als Geschäftsmann oder als Privatperson auch, sehe ich nicht, das einfach hinzunehmen und eben die 5000 Mark auf den Tisch zu legen und damit die Sache als vergessen zu sehen. Dem Herrn Hane seine Äußerung, ich hätte ihn schlecht gemacht, stimmt überhaupt nicht. Es wurde eben im Zuge in diesem Berichterstattern der Generalversammlung nur darauf hingewiesen, dass eben dieses Geld noch nicht gekommen ist. Warum? Das ist also Sache des Herrn Hane. Aufgerufen wird der Kläger Roland Riedel. Er beantragt die Auszahlung der 5000 Mark, die durch den symbolischen Scheck versprochen wurden. Aufgerufen wird der Beklagte Kent Hane. Er beantragt Klageabweisung. Dann eröffne ich die Verhandlung des Schiedsgerichts und rufe auf die Sache Riedel gegen Hane. Ich nehme an, Sie sind der Herr Riedel. Das ist jetzt richtig. Herr Riedel, wenn Sie mal kurz schildern, was Sie vom Beklagten verlangen wollen und warum Sie glauben, dass Sie diese Forderung haben. Können Sie mal im Zusammenhang kurz schildern? Ich habe also die Forderung an Herrn Hane als Vertreter von zwei Organisationen. Zum Ersten der Sportfreunde Keising als Vorsitzender und von der Sanitätskolonie Greding eben als Kolonnenführer. Herr Hane besaß also in Greding ein Restaurant, war auch Sponsor und Gönner beider Institutionen. Er hat also uns im Laufe der Jahre mit verschiedenen Mitteln sehr gut unterstützt bis zu seinem Abschiedsfest. Im Laufe dieser Veranstaltung überreicht der Herr Hane einen symbolischen Scheck in Höhe von 5000 Mark. Und wir warten heute noch auf unser Geld, diesen eben symbolisch überreichten Scheck. Ja, schönen Dank. Herr Hane, was sagen Sie jetzt dazu? Stimmt das am Anfang? Im Grundprinzip stimmen das. Stimmt, was Herr Riedel gesagt hat. Die Gründe, warum die Spenden nicht geflossen sind, sind eigentlich zwei, die ich jetzt geradeaus sagen könnte. Das ist einmal, dass mir eine Rechnung gestellt wurde für das Sommerfest, wo Sachen uns berechnet wurden, die wir gestellt haben. Und das Zweite ist, dass dieser Betrag also kurzfristig bei mir vom Konto abgebucht wurde. Aber ich habe es jetzt recht verstanden. Sie haben eine Einwilligung gegeben, Ihre Mitgliedsbeiträge abzubuchen, dem Verein. Den Jahresbeitrag abzubuchen. Und aufgrund dieser Ermächtigung ist jetzt die Rechnung abgebucht. Richtig, ja. Und es war also auch, mein Geschäftsführer Christian Nelsolz ist also dann noch zur Jahresversammlung gefahren, wo er also eigentlich von mir die beiden Schecks mitgegeben kriegen sollte. Nur also an diesem Tag oder einen Tag davor wurde das abgebucht von meinem Konto. Und daraufhin habe ich natürlich die Schecks einbehalten. Also waren Sie sauer? Ja, auf gut Deutsch gesagt. Bis dahin wollten Sie noch eigentlich bezahlen? Und dann kamen natürlich im Anschluss, kamen dann Sachen, die es also noch schwerwiegender machen, ganz einfach durch die Zeitungsanlancen, wo ich also des Betruges mehr oder weniger beschrieben wurde. Haben Sie den Artikel verfasst, da wo Überschrift ist, da einige sprachen sogar von Betrug? Es ist also so, Herr Richter, so ein Vorsitzender, Sie haben es also mitgekriegt, Kolonne Greding, Sportfreunde, ist ja so ein richtiger Vereinsmaier und er schreibt natürlich auch für die Presse. Natürlich habe ich beide Artikel verfasst, das heißt, es ist ja eigentlich nur ein Artikel, zwei verschiedene Zeitungen. Die Überschrift zu diesen Zeitungsartikeln behält sich natürlich jeweils der Redaktion vor, da sehen Sie, dass ein Artikel zwei verschiedene Überschriften hat, das heißt zwei verschiedene Tageszeitungen. Na ja, immerhin, im Text steht schon drin, unter den Mitgliedern sprach man sogar vom Betrug. Ganz richtig. Die Zahl haben es verfasst, bloß nicht die dicke Überschrift. Genau. Ja, also, dass das einen nicht freut, wenn er es liest, das kann man sich schon denken. Ja, wollen Sie noch was dazu sagen? Ich meine, wer vom Betrug spricht, das ist ja egal, ob es ein Herr Müller oder wer weiß ich, wer ist, aber die Tatsache steht fest, dass es also gedruckt ist und mein Name also irgendwo in Verbindung mit dem Betrug in der Zeitung gebracht wurde. Ja, und mit dem zweiten, mit dem Abbuchen, das scheint mir auch nicht zu sagen, schön zu sagen. Herr Richter, wie Sie sehen, ist diese Rechnung bereits am 19. Juli 1991 gestellt worden. Allerdings kenne ich den Herrn Hane sehr gut und das Geschäft macht Ihnen also viel zu schaffen. Das heißt, es kann ja mal auch was vergessen werden. Dann habe ich für mich natürlich gedacht, es käme dem Herrn Hane eigentlich gerade recht, wenn ich von hier aus die Einzugsermächtigung, die ja ausschließlich, das betone ich also, für den Mitgliedsbeitrag gedacht ist, dieses Geld, diese Rechnung, Getränkrechnung, abbuche. Wann ist denn das geschehen? Das ist Anfang November, Ende Oktober geschehen. Ja, ganz normal. Dass dies nicht rechtsmäßig ist, das wusste ich. Natürlich wollte ich hier nur unterstützend dem Herrn Hane entgegenkommen, denn er wusste, dass die Rechnung rechtsmäßig ist. Er hat es auch nicht erwidert bis dahin, dass irgendwas falsch aufgelistet sein könnte. Ich habe das also abgebucht und ich weiß also, dass man also die Möglichkeit hat, wenn bei jemandem etwas Falsches vom Konto abgebucht ist, dass man das dann zurücknehmen kann, eben annullieren kann. Auch dies hat er zu Herrn Hane nicht getan. Das heißt, er war für meine Seiten auch damit einverstanden, dass ich also, sage ich mal, unrechtsmäßig abgebucht habe. Also ich kann zusammenfassen, Sie räumen ein, dass das mit dem Abbuchen so ganz korrekt nicht war. Sie haben allerdings nicht geglaubt, dass es sich ärgert, sondern Sie haben geglaubt, Sie tun Ihnen einen Gefallen, weil er die Überweisungen spart. Was sagen Sie dazu? Da liegt ja noch ein weiterer Punkt im Raum, wo ich also gebeten habe, um eine Auflistung, wie das Spendengeld also benutzt wird. Weil mir so einfach zu Ohren gekommen worden ist, dass beim Roten Kreuz also im Raum stande, ein Video und ein Fernseher damit zu kriegen. Und ich weiß nicht, was das also mit dem Roten Kreuz zu tun hat, ob es jetzt für Hilfszwecke benutzt wird. Also ich wollte einfach nur wissen, dass das Geld für anständige Sachen verwertet wird. Ja, haben Sie Angst gehabt, die schauen da sechs Filme an mit dem Videogerät, oder? Die haben doch das gewollt, Herr Hane. Was Sie? Ein rotes Kreuz, das macht doch Ausbildung in erster Hilfe. Und da kann man ein Videogerät und ein Fernseher schon brauchen. Es kommt an, wo das Videogerät und ein Fernseher steht. Also dieses rote Kreuz hat also auch einen 24-Stunden-Dienst und während der Nacht wird es also etwas langweilig. Ja, um die zu unterhalten, ist das vernünftig. Ja gut, aber es hätte ja eine Auflistung kommen können. Ja, die ist doch schön geworden. Ja, die Auflistung ist jetzt vor circa drei Wochen gekommen. Ja, aber jetzt haben Sie es gekriegt. Ja gut, aber da stand es schon im Streitfall. Ja, beim Roten Kreuz muss ich dazu sagen, hat Herr Hane nicht ganz recht. Eben Ausbildungszwecke, es geht also hier nicht um Spielfilme oder sonst was. Als Ausbilder des Roten Kreuzes muss ich sagen, die Rettungswache, was er also anspricht, ist ausgerüstet mit einer Videoanlage und auch einem sehr schönen Fernseher. Diese Videoanlage und Fernsehapparat hätte also rein ausschließlich für Ausbildungszwecke verwenden werden können oder sollen. Ich muss natürlich auch sagen, hätten wir das Geld bekommen, dann hätte Herr Hane mit uns immer noch reden können, dann hätten wir eben von mir aus im Hof oder in der Garage der Rettungswache einen Baum gepflanzt oder vielleicht neue Garnituren, Holzgarnituren am Sportplatz angebracht, die wir also dringend auch brauchen. Und das Eier ist dann ein bisschen durch eine ganze Reihe von Ungeschicklichkeiten von beiden Seiten gescheitert. Ja, ich habe eigentlich keine Frage mehr. Wollen Sie noch was sagen? Ich will jetzt noch abschließend dazu sagen, es ist einfach nicht haltbar und es soll auch nicht Schule machen, dass jemand hergeht, sich in die Öffentlichkeit stellt, einen symbolischen Scheck überreicht, egal in welcher Höhe und dann hinterher nicht einlöst. Ja, meine Herren, ich hätte keine Fragen mehr, sondern ich werde mich jetzt zur Beratung mit mir selber zurückziehen, um dann über diesen nicht ganz einfachen Fall zu entscheiden. Es tritt also wieder eine kurze Pause ein. Der Schiedsrichter wird jetzt seine Entscheidung treffen. Wie denkt das Studiopublikum über den Fall? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Hane das zahlen muss, weil so was ich das angehört habe, ist das alles persönlich eigentlich mit dem Herrn Riedl und es geht ja um die zwei Vereine, also um das Rote Kreuz und um den Sportverein. Das war ein symbolischer Scheck, den kann er einlösen, wann er kann. Er hat ja hohe Kosten gehabt durch den Umzug und durch die Umstellung. Die Entscheidung, wenn ein symbolischer Scheck ausgestellt wird, denke ich, hat man wohl auch die Verpflichtung, den einzulösen. Und das ist ja nicht passiert und dieses Nicht-Einlösen hat einfach dazu geführt, dass die ganze Lawine da ins Rollen gekommen ist. Hätte also der Herr Hane ohne weiteres vorher verhindern können? Also meiner Meinung nach müsste der Hane schon dazustehen, wenn er einen symbolischen Scheck überreicht, dass er den dann auch einlöst. Wenn man was schenkt, dann ist er geschenkt und wenn der Beschenkte sich nachher nicht anständig benimmt, dann kann man das nicht wieder verlangen von ihm. Also schenkt es geschenkt, so, und der wird recht kriegen. Der Verein muss das Geld kriegen und auch das Rote Kreuz. Das ist meine Meinung. Die Überlegung des Schiedsgerichts war so schwierig, dass ich nicht sofort die Entscheidung verkünden kann, sondern ich möchte nochmal in die mündliche Verhandlung eintreten und versuchen, ob man mit den Parteien nicht vernünftig reden und für einen Vergleich kommen kann. Aber natürlich nicht, ohne dass diese Missverständnisse aus der Welt geschafft werden, ohne dass der Vereinsvorsitzende erklärt, diese Behauptung da von Mitgliedern, die halt nochmal in der Zeitung steht von einem Betrug, dass er die keinesfalls billigt und unterstützt von einem Betrug, kann da echt überhaupt keine Rede sein, das muss man mal sagen, könnte man sich nicht da einigen, Herr Hane. Ich kann doch nicht mit Institutionen, mit denen ich jahrelang zu tun gehabt habe und sie auch gesponsert und gefördert habe und dann passieren solche Missgeschickte, dass ich mich dann hier hinstelle und sage, okay, es ist alles vergessen, ich bezahle diese Spende. Ich muss nur feststellen, leider ist also mein Versuch zu einer gütlichen Einigung gekommen, offensichtlich gescheitert. Wenn das Ihr letztes Wort war, Herr Hane, ich habe nochmal Gelegenheit, dann stelle ich fest, dass der Versuch des Schiedsgerichts seine Einigung herbeizuführen gescheitert ist, dann schließe ich also die mündliche Verhandlung endgültig und ich werde jetzt sofort die Entscheidung verkünden. Dann ergeht in der Sache, Riede gegen Hane, folgender Schiedspruch. Erstens, die Klage wird abgewiesen, zweitens, Säde-Partei hat ihre außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen. Meine Herren, das eigentlich Wesentliche dieses Rechtsstreits ist überhaupt bis jetzt nicht auf den Tisch gekommen. Ohne notrelle Beurkundung ist jedes Schenkungsversprechen unwirksam. Und das Schenkungsversprechen des Herrn Hane war deshalb aus formellen Gründen unwirksam. Das war ein Versprechen, bei dem er sich darauf verlässt, ein Mann, ein Wort, aber einklagen kann man es nicht. Sie könnten nicht einmal klagen nach der Rechtsprechung, wenn der Herr Hane einen ganz normalen, ordnungsgemäßen Scheck auf eine Bank- oder Sparkasse ausgestellt hätte und er hätte ihn dann vor der Aussagung wieder sperren lassen. Und das Schenkungsversprechen ist erst geheilt und erfüllt mit der Zahlung der 5.000 Mark. Und das ist nun ja aus diesen bedauerlichen Vorfällen heraus nicht geschehen. Darf ich mich bedanken dafür, dass Sie hierher gekommen sind. Die Sitzung ist damit geschlossen. Wenn dieses Urteil Schule macht, mit solchen Scheckübergaben, dann bedauere ich das sehr. Für mich ein unbelehrbarer Wichter. Tut mir leid, dass es soweit kommen musste im ersten Sinne, aber wer jemanden die ganze Zeit so sponsert und finanziell auch unterstützt und dann also nachher durch die Zeitung gezogen wird, der kann also nicht dafür verlangen, dass er dann noch Geld dafür bekommt. Wenn Sie Ihren Zivilrechtsstreit vor dem Fernsehschiedsgericht entscheiden lassen wollen, dann schildern Sie uns Ihren Fall und schreiben Sie an Recht so, Postfach 8000 München 45. Willy-Tartana Benjamin Kubik-Pitschermann Kubik-Pitschermann Kubik-Pitartana Vielen Dank.